Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opa Helmy, herzlich willkommen zurück bei Parkride 2 und ich habe einen kleinen Frott im Hals und hoffe, dass es wieder weg geht. Ja, ja, der Opa hat schon eine ganze Packung Antibiotikum in sich reingeschüttet, aber irgendwie, naja. Ja, wir haben beim letzten Mal, war ich ja dann trotzig am Ende, ne, über den Meerzimmer nicht geschafft, den abzuschießen, den Doven, der hat schon gequallen. So, und jetzt müssen wir Munition holen, genau. Und jetzt gehen wir nämlich hier lang. Und dann gehe ich in die Hocke, vielleicht. So. Dann gucken wir mal. Das ist denn hier? Ist vielleicht doch nicht so das Lager hier, wo ich erst gedacht habe, dass es das schon wäre, oder? Das sieht nicht so aus. Das ist nur so ein Obststand hier. Hier kann ich Obst kaufen. Und hier gibt es vor allen Dingen keine Diamanten. Aber hier gibt es vielleicht Autos. Ich muss hier vorsichtiger sein. Wir wollten jetzt zum Mike. Am besten mehr natürlich ein Boot. Weil der Mike hat ja auch einen Wasseranschluss, ne? Da wissen wir ja. Und ich glaube, da drüben, habe ich da gerade ein Boot gesehen? Oder war das nur so ein Baumstamm? Oder war da nur der Wunsch, der Vater des Gedanken? Kann natürlich auch sein. Aber ich denke mal, wenn man hier am Wasser langläuft, hier irgendwann früher oder vielleicht auch später, wird man schon ein Boot sehen. Zwischendurch nochmal immer die 5 gucken, ob man Diamant zieht. Nein. Oh, da ist ein Lager. Und da ist der Konvoi. Ich hasse dich. Konvoi, ich hasse dich so sehr. Echt, ey. Die sind wohl ein bisschen blöd. Und der qualmte schon. Und ich rieb es zu tief. Sonst hätte ich ihn gehabt, da werde ich schon beendet. Aber... Entschuldige, ich muss mich mal im Rollsmann. Aber mir ist wieder eingefallen, was ich damals, als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe, für einen Spaß hatte mit dem Pfeilegewehr. Und dann werden wir uns natürlich jetzt besorgen. Das ist so ein bisschen, wenn ich mich richtig erinnere, ist das so ein bisschen wie Pfeil und Bogen in den späteren Teil. Also, das macht... Das arbeitet mit Druckeluft. Das macht nicht Peng. Das macht nur... Macht das nur. Und dann ist der Pfeil schon da, wo er hin soll. Nämlich im Hals oder sonst wo. Oh, da ist das Boot. Das will ich ja. Gib mich mal das Boot in die Not. Ich könnte ja einfach hingehen und mir das Boot holen, ne? Das würden die Schlauen machen. Die Dummen, die machen natürlich ihren Angriff aufs Lager. Weil natürlich super dumm ist, ne? Aber da wir ja heute mal zu den Schlauen gehören, holen wir einfach nur das Boot. Lalalala. Wo gibt mich mal das Boot? Ich bringe euch ja wieder. Ich leihne mir das nur, okay? Kann man doch so sagen, oder? Boah. Die merken das bestimmt. Guck mal, wir sind in 1, 2, 2, 1,5, 3, also 2 habe ich gesehen. Naja, ich mein. Oh, guck mal. Oh, da war ich schon. Verdammt, da war ich schon. Hier war ich schon? Ich kann mich ja nix erinnern. Ja, das hat ein bisschen was von Rambo. Das hat was von Rambo, von Wirtkong und was weiß ich, was dieses Spiel. Ach, ey. Das ist einfach nur geil. Ja, wusch. Hat mich keiner gesehen? Das ist ja cool. Aber kaum ist es nicht hier drin, ne? Ja, ja. Gib Gas. Gib Alter. Gib Alter, gib Gas, meine ich. So, meine ich natürlich. Ich muss drehen. Da hilft ja alles nix. Ich fahre ja so hier in die falsche Richtung. Fahr mal andersrum. Juh, luh, luh, luh. Die haben kein Boot. Die können mich nicht nur folgen. Weil die kein Boot haben, die Dummen. Na, Boot hab ich. Ja, ja, schieß ruhig. Schieß ruhig. Was soll passieren? Was soll passieren? Ich bin doch hier in einem kugelsicheren Boot, Freunde. Ja. Ja, ja. Peng, 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 peng. So, da bin ich ja schön durchgeschlagen hier. Oh, oh. Ich hab das Gefühl, der Motor ist so... Der hört sich nicht ganz rund an. Sag ich mal so als Mechaniker. Natürlich kann ich auch nie nach hinten gucken. Wäre ja auch zu schlau. Da, sag ich. Reparier den mal. Mit deinem super Spezial-Pin-Schlüssel-Stick-Dings da. So, haben wir doch ganz schön getroffen, du. Aber, ne. Genau. Jetzt fahren wir mal wieder. Ja, jetzt sind wir auch... Ja, jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut. Ja, genau. Ich hoffe, ich verpasse mich die Abfahrt. Ah, ja, ja. Hier sind Diamant. Hier sind Diamant. Das ist ja alle Hand. Ich muss mal eben absteigen hier. Hopp. Na ja, bald. So, wo sind also Diamanten ist ja... Ich lasse mich ja nicht ablenken, aber... Ne, so ein Diamant. Mein Gott, da. Da irgendwo. Äh, sagen wir mal fünf. Er hat eine komplett eigene Tassenbelegung. Oh, guck mal hier. Hi. Ich brauche ein Fallgewehr. Genau, gib mir mal ein paar Diamanten. Das ist sehr schön. Ich habe getanzt heute Nacht. Die ganze Nacht heute Nacht. So. Ein Stückchen weiter und dann der nächste Plusarm rechts rein. Da geht es zum Mike. Und genau da wollten wir ja auch hin. Genau. Zack. Komm, nicht geht das jetzt rückwärts. Vielleicht, dass ich hier zu weit auf dem Land gefahren bin. Nö, das geht. So. Wunderbar. Wunderprächtig. Gas. Mike wartet schon. Wir haben schon ein Martini kaltgestellt für mich. Meine Freunde. Genau. Und dann holen wir uns Munition. Uuuh. Da schießt ja schon wieder einer, oder? Kam mir das jetzt nur so vor. Oh, Gazelle in Ambegisrand. Oh, noch ein Diamant. Aber hier halte ich jetzt mal nie an. Und ich habe das Gefühl, das ist kein Radio. Da waren welche auf der Brücke oder so wahrscheinlich. Oder sogar im Boot hinter mich her. Das kann natürlich auch sein. so. Dann fangen wir mal hier rein. Und hier ist nämlich Mike. Ich hoffe, die lassen wir hier in Ruhe. Nicht, dass wir hier hinterher fahren bei Mike. Das wäre doof. Das sollte mal so meine eigene Friedenszone hier sein. So, aussteigen. Aussteigen. Hopp, 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 hopp. Ja, hopp, hopp. Sag ich doch. So. Ja. Guck mal. Da ist unser Waffenladen. Da gehen wir jetzt hin. Und da holen wir uns jetzt das Pfeilgewehr. Ja, das ist nicht schwer. So. Guten Tag. Hallo. Keiner da. Und warum nicht? Weil wir noch eine Aufgabe haben. So, Pfeilgewehr. Ja, damit. Das will ich. Brauchen Sie mehr Spritzen? Nein. Ich brauche ein Pfeilgewehr. Scharfschützengewehr. Da muss auch ein Preis hinterstehen. Granatwerfer, Leuchttrakete, Scharfschützengewehr, Pfeilgewehr. Da. Das will ich. I know I will set. Jetzt I bezahle it. Wiss cash, wiss Diamanten. So. And now I have a Pfeilgewehr. Oh, we can make a Abspeicherung. Abgespeichert und fortgefahren. Speichern. Jawohl. Neues Spiel. Zack. Neues Glück. So. Und jetzt gucken wir mal. Hier war doch irgendwo... Genau. Hier ist es untertausend schon. Äh, ja. Dann bin ich doch mal hier rein, Mensch. Und hier oben auch sind es auch Munition, vor allem. Äh. Und hier ist auch das Pfeilgewehr. Äh. Ja. Richtig. Welches ist denn das Pfeilgewehr? Ne. Guck mal, da. Da ist das Pfeilgewehr. Ach, der... Ach, Gott. Ach, ne. Der ersetzt den Dingens. Der ersetzt den Raketwerfer, was ja eigentlich schön ist. Aber den kann ich jetzt... Ach, komm. Jetzt brauche ich den. Ich muss erst den Konvoi dann erlegen. Ach, ich hasse dich. Nimm mehr davon. Nimm alles. Nimm alle. Ach, komm. Neue Waffen fallen. Ja, da. Den brauchen wir neu. Und den brauchen wir neu. Den weiß ich nicht. Nimm auch mit. Ja. Da sind die beiden Scharfschützengewehren. Das hat Pfeilgewehr. Aber wie gesagt, das ist natürlich schön, weil da kann ich nämlich meine Schrotflinte weiter benutzen. Aber jetzt ist es gerade ungünstig, weil ich ja jetzt den Dingens brauche. Den für das Auto zum Abschließen. Aber das holen wir uns danach. Holen wir uns das. Mann, Mann, Mann. Ja, jetzt habe ich was versprochen mit dem Pfeilgewehr und wieder nichts. Sieben Schuss haben wir wieder. Und einer ist drin. Okay. Okidoki. Da kann ich mit umgehen. So, dann würde ich sagen, wir müssen wieder zurück. Ich war gar nicht bei... Ach, komm, wir gehen eben bei Mike. Eben, hallo. Ach nee, dann haben wir wieder eine Quest für mich. Und dann stehe ich da und weiß wieder nicht, was ich machen soll. Und dann, dann, dann muss ich die verwerfen. Das wäre noch schlimmer. Dann habe ich die nicht nur versagt, dann habe ich die auch noch verwerft. Und dann bin ich total... Ach, komm, wir nehmen den. Hopp. Hehe. Neu. Danke. Ja, jetzt fahren wir wieder zurück. Und dann schießen wir dieses Scheißding endlich ab, ey. Dieses doofe Auto. Wahrscheinlich ist der Turm mittlerweile wieder belegt und alles. Aber egal. Ach, wer, wir können den an der Boot hinstellen. Ach, nee, das ist ja ein anderes. Das ist ja gar nicht der Boot. Ja, dann tut mir leid. Dann lassen Sie sich auch klauen. Von so einem Söldnertyp. Aber ich bin halt auch ein ganz geschickter, ne? Ich bin ja auch so ein ganz geschickter Söldner, ne? Hier war irgendwo der Diamant, oder? Oh, der Boot ist aber schnell. So eine Art Schnellboot. Guck mal, hier war irgendwo noch ein Diamant. Aber jetzt ist es egal. Jetzt brauchen wir das. Ja, ja, schieß ruhig. Schieß ruhig, schieß ruhig. Hallo, nicht stehen bleiben, Bild. Was war das denn? Das Spiel ist so alt und der Rechner so neu. Und trotzdem bleibt der Bild stehen. Echt, jetzt? Das kann aber nichts damit zu tun haben, dass er zu schlapp ist. Na ja, egal. Egal, ist ja nichts passiert. Naja, es gibt Situationen und Spiele, da bist du plötzlich tot, wenn da Bild wieder weiterläuft. Da haben sie abgeschossen, aber... Hier nicht. Gott sei Dank. So. Guck mal, die haben schon wieder ein neues Boot. Ja, genau. Damit sie mich verfolgen können. Na ja, haben sie ein neues Boot. Aua. Aua. Das war aber nicht schön. Das war nicht schön. Hast du das gesehen? Wie die mich getroffen haben? Ja. Sommerschuh Eddie. Hat er gesagt. Na mal. Geht's euch noch gut, oder was? Wir wollen mal rückwärts schwimmen. Damit ich was sehe. Sommerschuh Eddie. Ich bin aber auf der falschen Seite vom Fluss. Ganz klarer Fall. Guck mal, da hinten sind sie. Sag mal, schuh Eddie. Ja, dann eben nicht. Wollte eh nicht auch rückwärts schießen. Das war nur so ein Ding. Ich gehe mal auf der anderen Seite. Ich habe das Gefühl, die kommen mit dem Wagen an. Ich schwimme mal eben rüber. Lieber Piranhas als mit dem Auto befahren werden. Nö, 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 nö. So. Ja, ja. Ihr könnt die Geigen wieder einpacken. Die Musik ist jetzt... Ihr braucht keine spannende Musik mehr machen. Ich bin entkommen. Ich bin so ein Entkommenstyp. Genau. So sieht's aus. So. Da, da ist er, der fehlt. Mein Gott, ey. Ich höre Motoren. Ich bleib mal schön hier in den Büchel. Zwischen den Bäumen und zwischen den Steinen. Das ist mir sehr viel lieber als... Guck mal, da ist das umgekippte Auto wieder aus der letzten Folge. Und... Ne. Das war der nicht, der mich noch überfahren wollte. Ja. Wo bin ich denn hier? Wenn ich einmal... Ach, guck mal, ich muss hier. Guck mal, die liegen da nicht weit weg. Aber du weißt ja, wie dies... Die waren ja ein riesen Kringel hier. Ich sollte nicht offen über die Straße rennen. Das ist nicht gut. Und auch gar nicht schlau. Aber ganz schön dumm. So. Haben wir hier. Jetzt auch nicht, hier sind welche. Naja, hier sind ja nur diese Verkaufsstände. Genau. Verlassen. Einsam und verlassen. Vielleicht noch ein Diamant irgendwo in der Nähe. Aua, hör mal, der ist doch ausgestiegen. So, bist ja wohl ein bisschen fertig, wa, Ty? Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Ne. Auch das Auto kannst du behalten. Ich will den nicht. Ich hatte im Moment noch nicht mal so ein MG oben drauf. Doofes Auto. So, jetzt schauen wir mal hier um die Ecke. Ha. So, und jetzt müssen wir gleich mal den Ding umlegen. Umnieten. Naja, der hat gerade seine Kreise wieder. Seine Kringels. Na? Oh, da fahren Zebra. Ein Zebla, ein Zebla. Wie wunderbar. Da ist der Turm wieder, ne? Der Unglückselige. Oh, woher ich meine ganzen Tüße verdonnert habe. Blöder Turm. Blöder Konvoi. Echt hier. Aber der ist natürlich gerade wieder weg. Natürlich. Ne, gar nicht. Der kommt. Natürlich kommt der. Aua. 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 Der schießt da. Wo kommst denn du her? Kein Zuhause, oder was? Was soll denn das hier? Da lassen wir nicht einfach am Opa schießen. Das ist doch wahr. Da muss ich mal hier dranbleiben. Au, da brennt's. Da war ich nicht. Zufällig war ich da mal nicht. Eigentlich bin ich das ja immer schuld, aber diesmal nicht. Wo ist er denn hier, der Konvoi? Ich hab ihn noch gesehen. Der muss ja hier irgendwo sein. Die schießen schon wieder auf mich hier. Kann er nicht sein. Wo ist er denn? Mein Gott. Ey. Der ist genau hier, wo ich bin. Aua, 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 aua. Wie immer ne Spritze. Besser ist das. Ich bin doch schon wieder hier. Von überall. Aua, 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 aua. Mach schon den Muni rein. Was kommen denn alle her? Oder haben die den Konvoi angehalten? Mach schon mal. Der ist wieder hinter dem Baum. Ich muss auch Spritzen haben. Und ich muss unbedingt nachladen. Wo bist denn du? Ach, komm, bist du ja nur ein Kratzer. Da ist auch einer. Ey, wo kommen die alle her? Und irgendwo hier schießen noch irgendwo einer. Da. Wie kannst du denn hinter mir sein? Pursche. Pursche. Schau wieder. Der ist da oben. Im Turm ist einer. Was sag ich? Oh, tut mir leid. Da ist es tut mir aber leid. Dass das so passiert ist. Und dieser Schuss war nicht vergeudet. So. Ach, guck mal, jetzt. Da, da steht der Wagen irgendwo, oder? Wird quaint doch da so lustig. Ich quaint doch so lustig. Das ist an meiner Hüte. Das ist an meiner Hüte. Das ist ja vorher. Das ist ja lustig. Das ist an meiner Hüte, oder? Das ist ja. Und hier muss ein Auto sein. Ja, sag mal, wo ist denn dieser Scheißkonvoy? Habe ich was an den Augen, oder? Was ist hier los? Jetzt hat er mal ehrlich. Guck doch mal. Hier muss er sein. Ey. Echt jetzt? Der ist genau hier drauf. Ja, der ist genau hier drauf. Das ist der Typ da. Das ist der Typ. Der Konvo hat angehalten, tatsächlich. Und der Typ ist ausgestiegen. Garantiert. Äh. Genau. So wird's sein. Da. Unglaublich. Unglaublich. Wie kann er denn nur anders? Einfach nur anhalten. Ne, 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 ne. Ich suche ein Fahrzeug und der hält einfach an hier. Ach so, die Hand ist für das Auto. Okay. Ihr Lieben. Was soll ich euch denn dazu sagen? Das war ja wohl krass. Jetzt hab ich extra Munition geholt und hab die gar nicht gebraucht. Außer für den einen Typen da auf dem Turm. Das ist ja super gelaufen. Naja. So, was machen wir als nächstes? Die Diamanten haben wir ja gekriegt. Da kriegen wir wieder Aufträge. Aber wir müssen mal wieder in die Stadt. Wir müssen mal wieder zu der UFL oder so was. Mal da wieder einen Auftrag annehmen. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, das macht Sinn. Wir fahren am besten oder gehen am besten zur Bushaltestelle. Da ist schon fast egal zu welcher hier. Von hier aus. Wir nehmen hier einfach unseren... Ach. Ich nehme schnell eine von den Tabletten. Genau. Ich nehme eine von den Tabletten. Gehe rein, ruhe die ein bisschen aus. Wir speichern ab. Ey. Du schon wieder. Ey. Äh. Ey. Ja. Der Mann hat noch einen Termin frei. Soll ich in der Nähe bleiben? Nur für den Fall. Ja, genau. Kamerad ist bereit zur Rettung. Super. So. Was haben wir denn? Ist das abends? Kann das sein? Ich weiß nicht. Komm, wir schlafen mal bis... Sagen wir mal bis 6. Bis 6. So. Mal gucken. Ja, genau. Ist wieder morgens. Super. Das haben wir super hingekriegt. Ey, bleib in der Nähe. Bewacht meinen Schlaf. Genau. Genau. Speichern und fortfahren. Da kannst du hier überschreiben. Genau. Macht das auch mal. So. Und ich habe schon dreimal angesetzt. Aber jetzt endgültig. Ihr Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Und dann gehen wir in die Stadt. Und gucken mal, ob wir da nicht irgendwelche Aufträge noch übernehmen können. Ich wünsche euch noch was. Bis dann. Euer Opalmi. Tschüss.